Herzlich Willkommen zum ersten Vlog mit Zeudo-Kamera-Wechsel. Ja, die sind nämlich total modern. Die macht man nämlich jetzt so, weil, ja, ich weiß auch nicht, aber das sieht voll cool aus, wenn da so ein harter Kamera-Wechsel auf einmal auf die andere Seite und wieder zurück. Und das sieht einfach so geil aus. Jedenfalls machen das alle. Ob das jetzt wirklich bei mir auch so toll aussieht, weiß ich nicht. Und ob das Video so toll ist, weiß ich nicht. Ja, hm, ähm, Thema. Welches Let's Play wollt ihr von mir als nächstes sehen? Die Auswahl bräuchte ich dann jetzt mal. Portal 2, The Sims 3, The Tales of Monkey Island, Minecraft. Oder ein anderes Spiel, was euch vielleicht gefällt. Was ich mir dann vielleicht holen werde. Eure Meinung könnt ihr ja in dem Link in der Videobeschreibung abgeben. Einfach draufklicken, euer Spiel auswählen oder unter sonstiges ein eigenes Spiel eintreiben. Ihr könnt auch mehrere Spiele auswählen. Und dann klickt ihr einfach auf den Senden-Button und schon... Habe ich eure Antwort und kann die auswerten und guckt dann, welches Spiel ich als nächstes spielen werde. Das war's auch schon wieder von mir mit diesem Pseudo-Vlog-Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde den Scheiß jetzt mal zusammenschneiden. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020